Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und wir schauen uns heute gemeinsam mal wieder eine neue Spezies für das Spiel an. Und welche das ist, das seht ihr jetzt. Das ist der Nano-Tyrannus. Sieht von der Körperform sehr, sehr stark aus wie der Herrera, finde ich. Aber die Bewegungen sehen super aus und auch das Model. Das Einzige, was mir bis jetzt aufgefallen ist, ist da hinten, wenn er Trink zum Beispiel oder Animationen macht, dass der Schweif so ein bisschen verknickt. Seht ihr das hier? Das ist so das Einzige. Aber ansonsten sieht der schon sehr cool aus. Ändert mich halt sehr stark an den Herrera. Ich habe den aber auch gegoogelt. Der sah auch in echt wirklich so aus. Also es kommt schon sehr nah an das Original ran. Ich glaube, das sind auch die Animationen vom Herrera. Oh, das Fressen sieht auch cool aus. Oh, der hat sogar diese Animationen. Das ist doch die von dem Proceratosaurus oder sowas, glaube ich. Dass er so das Futter darunter poolt und dann aufhängt. Das heißt, hier wurden die Animationen vermutlich so ein bisschen vermixt. Das ist ja interessant. Also optisch sieht er schon mal sehr gut aus. Ich finde auch den Blick sehr cool. Der sieht sehr böse aus im Gesicht. Ja, das Einzige, was halt echt komisch ist, ist der Schweif. Der knickt halt immer um. Aber der zuckt sogar richtig schön, atmet richtig schön beim Schlafen. Und sogar die Augen sind zu. Wobei das so ein bisschen... Oh Gott, das ist ja richtig gruselig. Das Auge backt da so ein bisschen durch. Aber immerhin bewegen sich die Augenlider überhaupt. Bei den meisten Mods ist es ja so, dass darauf halt nicht geachtet wird. Finde ich auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich meine, wann guckt man sich die Dinos auch schon beim Schlafen an? Aber es ist cool, dass er immerhin das Auge zumacht. Jetzt kann man ganz gut die Zähne, glaube ich, mal kurz sehen. Boah, das sieht ja böse aus. Das ist echt wieder ein gruseliges Stoppbild hier. Ich bin gleich mal gespannt, was der für eine Animation im Kampf so hat. Weil da scheint ja wirklich ein bisschen rumgespielt worden zu sein, dass die so ein bisschen vermixt sind. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass der Herrera solche Press-Animationen hat. Wobei das natürlich auch sein kann, dass der allgemein die Animation von dem Proceratosaurus hat. Ich kann euch den mal eben zeigen hier. Wartet mal. Also meine Vermutung ist halt, hier seht ihr den übrigens, Nano-Tyrannus. Auch wieder mit Bild hinzugefügt. Ich finde auch, dass das Bild sich sehr gut hier einfügt in das Gesamtbild. Also sehr schön. Hat hier auch wieder seine eigenen Werte. Aber jetzt zeige ich euch mal eben, ich glaube von dem hier ist die Fress-Animation. Von dem Proceratosaurus. Bin mir dabei ehrlich gesagt auch nicht sicher. Lang her, dass ich den freigelassen habe. Und optisch sieht der halt so ein bisschen aus wie ein Herrera. Wir können ja mal schnell einen Herrera freilassen. Schauen wir uns das Spektakel mal an. Vielleicht kämpfen die dann auch. Oh, jetzt kämpfen die sogar. Dann machen wir mal ganz kurz Stopp-Bild. Leider hier gerade mitten im Schatten. Aber ich muss sagen, die sehen sich wirklich sehr ähnlich von der Körperform. Also man hätte, glaube ich, fast den Herrera einfach als Nano-Tyrannus nehmen können, oder? Also so ein bisschen unterscheiden die sich schon. Hier ist die Schnauze zum Beispiel ein bisschen spitzer. Die Zähne sind auch auf jeden Fall ein bisschen anders. Aber die sind schon sehr nah aneinander. Jetzt bin ich mal auf die Kampf-Animation gespannt. Oder gehen wir auch mal in diese Sicht? Kann man leider bei so kleinen immer sehr schlecht erkennen. Wer wird gewinnen? Herrera oder Nano-Tyrannus? Bis jetzt sieht es schlecht aus wie den Nano-Tyrannus. Okay, die beiden trennen sich. Wir sind jetzt natürlich schön ausgebüxt aus meinem Gehege. Das ist natürlich ärgerlich. Aber kann man nichts machen. Oh, okay. Der macht sogar Giftschaden. Der Nano-Tyrannus. Das ist ja krass. Also der ist jetzt hier vergiftet. Das ist ja richtig fies. Ja, dann wird er jetzt sogar sterben. Also hat der Nano-Tyrannus sich durchgesetzt. Mit seinem Giftbiss. Und geht jetzt hier auf die Menschen, glaube ich, gleich los. Oh, das ist ja auch mal interessant. Okay. Das sah irgendwie komisch aus. Was ist denn mit dem Mensch los? Was zur Hölle? Okay, das scheint auch ein bisschen verbuggt zu sein. Aber das war auch wieder eine andere Animation von einem anderen Saurier, oder? Also auf jeden Fall von einem Größeren. Definitiv nicht von diesem kleinen Procerato. Die sieht auf jeden Fall anders aus. Aber die ist ein bisschen verbuggt, leider. Also ich bin mir da nicht zu hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, hier wurde auf jeden Fall mit den Animationen so ein bisschen rumgespielt. Dass die vermixt wurden. Finde ich auch echt interessant. Ist dann halt nur schade, dass die dann teilweise nicht funktionieren. Das ist jetzt übrigens ein anderer Skin. Sieht, glaube ich, genau gleich aus. Zumindest sehe ich jetzt auf den ersten Blick keinen Unterschied zu dem davor. Ich habe jetzt übrigens das Gehege mal ausbruchssicher gemacht. Nicht, dass ihr noch mehr Menschen tötet. Und ich möchte natürlich auch noch ein bisschen was ausprobieren. Und nochmal eben gemeinsam einen weiteren Skin freilassen. Schauen wir mal nochmal einen ganz anderen aus. Ich hatte jetzt gerade Waldland genommen. Nehmen wir jetzt mal Wüste. Dann schauen wir uns den mal an. Ja, der sieht auch gleich aus, leider. Also ich denke, verschiedene Skins wird es dann soweit noch nicht geben. Da bin ich jetzt ja mal gespannt, wie die jetzt auf einen Cerato reagieren werden. Es wird wahrscheinlich gleich Ärger geben. Mal schauen, ob die überhaupt gegeneinander kämpfen. Bis jetzt scheinen die eher Angst zu haben vor dem Cerato. Also, den Cerato scheinen die jetzt zu ignorieren. Beziehungsweise, sie versuchen den zu meiden. Aber gegen den Pachy haut er sich dann doch und bekommt ihr ganz schön Kopfnüsse. Ah, da seht ihr es nochmal mit dem Cerato. Da flüchten sie halt wirklich. Das heißt, der ist denen wohl zu groß zum Angreifen. Mal schauen, wer sich hier durchsetzen kann. Sieht gerade schlecht aus für den Pachy. Oh, wow. Also die Animation sah wirklich mega gut aus. Und ich würde auch sagen, mit diesem wunderschönen Bild verabschiede ich mich jetzt von euch. Das ist der neue Nanotyrannus. Eine neue Spezies für Jurassic World Evolution. Oh. Vielleicht auch nicht. Vielleicht meiden sie sich nicht und können doch kämpfen. Was passiert jetzt? Okay, kämpfen die jetzt wirklich? Ach nee, okay. Die haben sich nur angefaucht. Also es ist halt wirklich ein kleiner Fleischfresser gegen den mittleren. Das heißt, der Cerato ist definitiv zu groß. Aber wie gesagt, das ist eine neue Spezies für Jurassic World Evolution. Nämlich der Nanotyrannus. Die Mod, falls ihr die mal selber ausprobieren wollt, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ist eine sehr coole Mod und wir haben glaube ich mittlerweile schon 13 neue Spezies oder so. Also das Spiel wird immer mehr erweitert durch die Modding Szene und bald haben wir schon 100 Dinos oder sowas. Mega nice. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich mit einem Like wissen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Ich wünsche euch noch ein paar Mal. Ich wünsche euch noch ein paar Mal.